. Oh, das ist ein toller Wesen! Der ist mir ja auch von. Damit bin ich sicherlich in zwei Sekunden von 0 auf 100. Das möchte ich jetzt ausprobieren. Ja, das macht man. Reizi mal rum. Wir könnten in der Zwischenzeit eine Spielrunde spielen. Hi, wie geht's deinem Tamagotchi? Sehr gut. Lieb noch? Ja. Alles noch gut. Hast du heute schon gefüttert, ne? Ja, klar. Ja, Gott sei Dank. Pass mal auf, wir wollen auch gleich spielen, wir beide. Und zwar werden wir beide Pfahlspringen machen, ne? Kennst du das Spiel? Ja. Gut, ich erklär's mal ganz kurz noch so. Der Hugo muss über Fähle springen, muss aufpassen, einige Fähle sind hohl. Wir müssen uns die Symbole merken und immer schön die Säckchen einpacken. So im Großen und Ganzen. Ja, wem geht's. Alles klar, Dieter? Los geht's, siehst du gleich. Zeig dir ja an. Ich helf dir auch dabei. Da, pass auf, immer aufpassen, nicht wohin springen, wo der Bibel ist. Sechs, drück mal sechs. Ja, da siehst du es ja, sechs. Weiter, sechs. Machen wir jetzt die A. Acht, genau, das ist der wieder hoch mit der Zwei. Ja, rüber, sechs. Sechs. Genau, nach vorne mit der A. Ja, schön. Rüber, sechs. Ja, genau, die Eule merke ich mir schon mal. Ja, die müssen wir uns merken, die Symbole, ne? Weiter. Das war jetzt die Eule. Hm, drück sechs. Drück! Na, du alte Gräte. Hm, drück sechs. Genau, sechs. Ja, sechs. Hoch, zwei. Sechs. Sechs. Ja, genau, weiter. Hoch. Ich würde mal hoch gehen an deiner Stelle. Ja, rüber. Genau, rüber. Nach vorne. Genau, rüber. Nach rechts. Genau. So, jetzt musst du aufpassen. Jetzt haben wir drei Ebenen. Rüber, rüber, rüber. Ja, genau. Klasse. So, zurück. Zurück hier, rüber. Zu mir, zu mir. Achtung, mein Fuß. Au, 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 au. Ah, dicker Zeh. Hei, 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 hei. Hoppala. Weiter, weiter. Weiter, weiter. Hups, hier, hopp. Hey. Ah, Gattchen. Schön braun bin ich, aber so viel Spaß bringt das auch nicht, wenn er so knallt und poppt. Hm? Okay, gucken, was ist denn bei dem Punktestand an, Dieter? Jo. Ja, 700 schon mal. Hm. Hm, da kommen aber ein paar wieder ab. Ja, das macht 550. Klasse, Dieter, tollen Preis gibt's für dich, hier ist er. Cool. Fossil steht für Fashion, Feeling und Spirits der US-50s. In dem coolen Package stecken ein Rucksack, ein T-Shirt, ein Baseball-Cap und die tolle Junior-Watch. Alles im authentischen 50s-Look. Geil. Hey, ist das stark? Ja. Dieter, aber jetzt gehst du mal hoppdi-hoppdi ab in die Schatzkammer. Verdoppt nur für Vierfachen ist hier angesagt. Oder gleich bleiben wir mit Pech haben. Mal schauen. Drücken wir. Und. Ach, dreht sich nicht weiter rum. Sie lernt, geht nicht. Ach, verkehrter Schlüssel. Mensch, Dieter, hat Spaß gebracht mit dir. Viel Spaß mit deinem Preis. Danke. Tschüss. Tschüss. Ach. Oh, mit dem Besen bin ich die schnellste Hefte im ganzen Universum. Ach, vergiss es, bin tausendmal schneller als du. Oh, davon träumst du wohl. Nein, davon bin ich fest überzeugt. Oh, was mach ich nur mit dir kleinem Angeber. Ja, du könntest mich ja zum kleinen Wettrennen herausfordern. Und dann? Ja, wirst du schon sehen, wie ich dich mit längs in die Tasche stecken werde. Na gut, wenn du unbedingt wüsst, dass ich dir mal wieder den Kopf wasche, dann spielen wir eben ein Spielchen. Ja, genau. Und rufen wir schnell den besten Spieler des Tages an. Hm, das wird ja aber auch nicht nützen. Auch diese Heißgölle ist hier. Die Heidi wähle ich jetzt mal an. So, mach gucken. So, Heidi, anrufen. So, mach gucken. Hallo, 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 hallo. Hallo. Ja, hier ist der Ziegenpeter. Quatsch, Hugo ist hier. Hallo, Heidi. Pass auf, wir müssen jetzt spielen. Folgendes, großes Finalspiel. Schachbrett. Hugo rüberschicken, muss den Schlüssel holen, oben links in die Ecke bringen. Ja, ist mir groß dabei. Und nicht auf die Felder treten, wo die Hexane die Blitze hingeschickt hat. Sie, die Erleuchteten mit dem Blitzen. Ach, die Zahlen stehen dir gut im Kopf. Los geht's. Und nicht auf die Blitzefelder kommen. Ich helfe dir auch, Heidi. Los, gib Gas. Zack. Wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Hupf. Wo ist der denn? Ah, da ist er. Ah, wo ist er denn? Da nicht hin. Da nicht. Ah, wir müssen da. Das ist der Schlüssel. Hab ich gar nicht gesehen. Ja, genau. Den müssen wir holen. Noch ein weiter. Hoch. Hoch. Genau weiter. Klasse. Ja. Jetzt müssen wir da oben hin. Da müssen wir zum Türchen. Ja, bitte noch. Ja. Heidi, Heidi, Heidi. Heidi, Heidi, Heidi. Hallo. Hier ist dein Preis. Ho, 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 ho. Jetzt kannst du deine nächsten Ferien sinnvoll nützen. Mit einer 3-wöchigen Schülersprachreise nach England von IST. Internationale Sprachenstudienreisen. So macht Vokabelnpauken viel mehr Spaß. Zielort, Reisetermin und den Abflugort. In Deutschland kannst du dir übrigens selbst bestimmen. Hey, klasse, Heidi. Ich glaub das nicht. Komm, ich glaub. Kannst du glauben. Du hast gewonnen. In den Superpreis. Vielen Spaß mit mir in England. Ja. Und jetzt mal die Patten wir alle auf der vergessen Seite. Tschüss, Heidi. Tschüss. Wahnsinn, Hexane. Ich komm wieder mal raus hier. Ja, geh endlich. Für heute habe ich eh genug von dir. Ich bin eine ganze Woche mit dir weg. Wiedersehen und grüße deine Hugoline. Hugoline, ich komm nach Hause. Ich bin gleich da. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss. Ha, ha, ha. Juhu. Ich geh weg hier. Auch nächsten Samstag geht's ab in die interaktive Fantasy-Welt mit Hugo. Um 10.20 Uhr bei Kabel 1.